Anschneiden ist ja was für Feigling, also wer Auto fahren kann, der muss sich gar nicht schnallen, das ist eine ganz klare Sache. So, hier ist Treffpunkt, es stehen schon eine Menge Autos hier, wir sind auch eine viertel Stunde zu spät, aber das ist vielleicht, wir zeigen mal nicht den näheren Platz, also ich nehme an, dass die Fans noch kommen, wir machen jetzt mal nochmal aus.